Musik Loll, keine Ausdauer mehr. Das ist scheiße. Dann bist du gerade an einem angelaufen gekommen und zack hast keine Ausdauer. Das ist übelst kacke. Äh. Äh, weswegen also. Alter, ich bin voll blutig, ne? Ja, Mann. Wir sehen voll krass aus. Hutige Möpse, geil. Das Problem ist, ich kann die Jungs auch nicht mehr abbauen, weil ich bin... Äh, jetzt trade nach Hause erstmal. Ultra voll. Auf gern hinter dir. Ja, ne? Hab ich mir gehntert. Bin ich auch, äh, Kumpel und so, ne? Warte, ich hab keines... Darminar mehr. Rechts hoch, rechts hoch. Ja, nee, da... Da war das ver... ...buckte Vieh. Ah, ja, 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 ja. Oh, diese... ...drecksvieh, Alter. Oh, da oben ist ein Strauß. Warte mal, ich muss mich mal... Mal den umlaufen, irgendwie. Damina, recken. Äh, er verpisst... ...sich grad. Kein Problem. Äh, haben wir hier oben schon ein... ...Bett eigentlich? Nee. Kannst du eins bauen? Ähm... Muss ich mal gucken gleich. Ob ich's schon lernen kann? Ähm... Hast du... Äh, Kisten schon auf und gestellt? Nee, warte. Äh, ich wollte... Hab gerade den Ofen... ...in der Hand. Alles klar. Äh... Oh, ist jetzt alles... Jetzt alles entladen. Ja, irgend... ...wer... ...hackt doch hier schon... ...wie... ...hier auf unsere Wohnung ein, hier. Zeig dich! Oder... ...oder auch nicht. Nice. Gut. Ja, also... ...das im Teil, was ich hier mal gerade auch noch brennen, so. Kurzzeitlich. 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 Gerbereien. Nice. Dann kann ich ja da das... Da kommt die... ...Spinnenseide rein und die... ...das... ...das Heid, ne? Äh, ja. Spinnenseide... ...kommt, äh... ...da rein. So, jetzt stelle ich erst mal die Kisten auf. Mhm. Oh, wir haben schon... ...40 Seide. Nice. Ah ja, und er macht quasi Header automatisch, oder was? Ja, genau. Oder braucht er da irgendwelchen Brennstoff für? Doch, ja klar, hier, Rinde braucht er. Na, egal. Gut, Holz haben wir dann auch noch ein klein wenig hier. Essen haben wir auch noch. Nehme ich mal an. Ich packe mal einen Trinksack in die Truhe. Ich habe auf der anderen Seite noch Drohnen aufgestellt. Ja, nice. Okay, klar, cool. Gut, dann kann ich ja anfangen zu fahren, Michael. Ach nee, wir wollten noch ein Bett bauen, ne? Richtig. Ja. Wo kann ich das lernen? Freunde der Nacht. Zimmermann. Zimmermann, ist das so, ja? Das kann sein, ja, ich weiß es nicht. Steinmetz kann es nicht, war aber auch klar irgendwie. Handwerksgesetze auch nicht. Steinzaun, Steinfundament, Zimmermann, Holzschild, geformtes Holz, ne, auch nicht. Ah, hier. Brauch, Handwerker, Lehrling, Stufe, Stufe 13. brauche ich dafür. Heißt, das ist noch ein bisschen. Willst du noch keine 13? Ich doch. Aber du hast keine Punkte mehr? Ähm, nee, aber ich müsste noch ein bisschen warten. Ich habe keine Punkte mehr. Ich habe alles für diese Einkepfeier. Ja. Na egal, wir werden ja hoffentlich nicht sterben jetzt. Gut, ich gehe kurz dann in einem Hetalfarm, würde ich sagen. Ja. Obwohl Stein ist jetzt auch nicht so zwingend falsch, aber Hetalfarm, können wir alles mitnehmen. Erstmal mehr, ne? Ja, ich, äh, komm mit, also, hier. Bist schon auf der anderen Seite, ne? Mhm. Bin schon beim, Herr Tal. Boah, das gibt, gibt es zwei bis vier, ne? Geil. Dein Anfang. Das, äh, andere war, war einfach mal straight zwölf. Ja. Die können wir ja gleich bauen, wenn wir die ersten 100 haben. Achso, kannst du schon bauen? Wenn wir die ersten 100 Barren haben, dann kann ich's bauen. Also, wir müssen das noch schmelzen lassen. Hm, ja, das ist kein, das ist kein Problem. Ich hab jetzt 30. Ich hab jetzt 40. Ja, perfekt, guck mal. Oh, 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 stopp, stopp, stopp. Komm mal, nein, nein, nein. Wieso, was hast du? Hier, nach links, links. Ich hab gepult. Wen hast du denn gepult? Da stehen so, so ein Stamm. Achso, lol. Nee, hast du gar nicht. Boah, jetzt hat er mich getroffen. So, einer kommt, einer kommt. Den Sandwichen. abgerippt. Und jetzt gleich schnell hinlaufen und den anderen kellen. ich bin. Sehr schön. Oh, lol. Er hat aber viel Zeug. Das war ein... Das war ein... 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 Führer, kann das sein? so ein... Wieso? kommen. Easy. Stopp, komm zu mir. So, du... höllst noch... wider gain? Ja, ich wollte voll machen. Okay, na gut. Äh, Kohle auch mitnehmen? Nö, oder? Ähm, vorgestern, ähm, vor dem Vibe stand hier ein übelstes riesiges Komplex, der so groß war wie der Felsen selbst. Lol. Genau da unten, äh, so richtig riesig, Alter. Obwohl, ich sehe, wir haben ja hier äh, trinken in der, in der Nähe, ne? Unten da. Ist ja, ist ja überhaupt kein Problem. Naja, näher. Naja, also, so, Achtung, hier sind übelste Spinnen. Naja, ich hab grad schon... Alter, hinter uns. Eines tot. Weiter tot. nach unten schlagen. Ach. Bist du tot? Nein! O.G. No! Alles gut, alles gut. Äh, nimm bitte meine Sachen, ähm, den Loot. Versuch jetzt nach oben zu laufen, aber ich glaub... Ich hab alles. Easy. Okay, äh, wie voll bist du? 80%. Ja, dann lauf mal jetzt zurück. Einfach den Weg zurücklaufen, das unten abladen, dann bin ich auch schon, äh, oben bei dir. Unten abladen, oben abladen. Also, ja, ja, jetzt da, wo wir neu uns aufgebaut haben, dann abladen. Alles klar. Ja, schau. Schaffte mal ein paar Betten, Alter. Oder ein paar, ähm, Schlafsäcke. Wir, wir könnten eigentlich gleich mal, oh, lol. Kassen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Why? Alter, drei. Was? Was stimmt mit euch nicht, Alter? Auf einmal, ne? Kommen drei hier hin. Ja, tot. Ja, kennt man das Problem. Also, wieder zusammen und dann hochlaufen. Alter. Ja. Ist ja widerlich. Und gestern hatte ich 400 Eisen und dann kommt so ein Typi, alter, PvP an und hat mich einfach nur auseinandergenommen, äh, mit vier Schlägen oder so. Frage ich mich auch, wie viel muss man da auf Strangles killen? Alles? Weiß ich nicht. Oder halt einfach nur ein einständiges Schwertchen haben, so, ne? Ja, das auf jeden Fall hat er gehabt. Ja, ich hab ja auch keine Ahnung, wie viel diese Stahl Schwerte so können, ne? Also, Eisernes Breitschwert, die sind schon ziemlich cool und die, diese Stahl, Stahl, ähm, Dinger, die sind um einiges besser, sogar. Ja. Es leckt schon wieder, wieso, why? Keine Ahnung. Ich spiel's auf jeden Fall bei den Statuen schon mal. Ja, ich bin auch gleich da. Oh, da ist ein Krokodil. Na geil. Das Problem ist, dass dir diese blöden, ähm, dass dir diese blöden, ähm, Hyänen, wenn die dich weißen, entziehen, dir die, die Stamina, ne? Lol. Ach ne, das ist ein Stamm, okay. Das ist voll mies. So, ich seh unsere alte Hütte, also die, die schmale, bitte. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob ich da heile hoch, äh, komme, ne? Ja, lass uns erst mal ein paar Schwerte craften unten und dann können wir ja hochlaufen. Ja, da brauchen wir zwirn, ne? Auch gleich bei dir, muss man kurz, ähm, das Mess zu Ende schreiben. Mhm. Ich wollte halt bloß gerne, so, 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 hält's möglich hoch, weil, ähm, ich glaube, da, da, dass ich dann eben, eventuell noch mein Zeug, äh, kriege, so, ne? Ja, das, das, das dürfte drin sein. So lange, so lange bleibt das. Wobei ich auch nicht weiß, wie, ähm, ne? Ab, wann das respawned so? Also, 15, 20 Minuten hat man auf jeden Fall. Ah, okay, dann, dann ist ja, dann ist ja noch lauter. So, dann brauche ich jetzt noch Äste. Ähm. Bist du ein Steiner. Aber es ist auch cool, dass hier tatsächlich überall auch, äh, Steine rumliegen, so, ne? Also, du musst die auch nicht, ja, das ist abprügeln immer. Man kann sich auch einfach hinstellen und sagen, so, kraft, so. So, was brauchen wir jetzt noch? Äste. Äste, 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 Äste. War doch ein Ast, ich hab's genau gesehen. Soll ich dir auch gleich ein Schwert und alles herstellen, oder was? Ja, bitte. Also ich hab jetzt Schwert und... Oh, lol, Alter. Was? Kommt hier die nächste Scheißhygiene, Alter. Verpiss dich. Die sterben, Junge. Mal gucken, kann ich noch ein Schwert? Was bräuchte ich denn? Zwirn. Zwirn und nochmal 20 Steine. Na gut, das ist kommend. Aber komischerweise, der Health Pool, also ich hab jetzt 5, äh, Punkte drauf, so viel ist das, ist, ist das gar nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber ich mein, es kann auch sein, dass, weil ich hab jetzt, ich hab jetzt nur, immer, immer so, bis, bis einen Punkt quasi, ne? Also, bis das quasi 2 kostet, ähm, ja. Da ist es ab 2 Punkten quasi mehr, äh. Also ich habe Strangle 8, Agility 3, Vitality 5, Präzision 0, Grid 3, Belastung 3, Überleben 2. Ja, wie viel HP hast du jetzt? Ab jetzt 260. Ja, ich auch. Aber, das ist echt nicht viel, ne? B? Gut, also ich, ich wäre zur Abreise bereit. Wo bist du? Am Haus. Ah, ist klar. Ja, ich hab dir auch, ich hab auch schon ein Schwert hier, so, und, äh, Adagogi. Ja, alles klar. Und, äh, rechts. Wie, ne? Alter, die, die, äh, drainen einem, so, so, die Stamina, ne? Alter. Ich glaube, ich hab dich einmal getroffen. Einmal? Das war, zweimal halt, glaub ich, oder so. Aber, ist egal. So, wie tat's nicht hinter uns? Alter, zwei. Das Gute am Schwert ist, ist, dass es quasi cleeft, ne? Aber alle Waffen. Echt? Auch der Dolch? Äh, das weiß ich nicht. Mit denen bin ich noch nie, hab ich noch nie Auge gemacht. Richtig sick wäre es ja, wenn du irgendwann zwei Schwerter tragen könntest, Alter. Und dann, wie so ein Schwert, ähm, meiste auch ein paar Kombos so machen könntest. Also ein paar coole Kombos. Hm. Das wird bestimmt gehen. Ja, Achtung, Spiderschwein. Ja, zu zweit ist das schon ein bisschen ruhiger, ey. Ja. Lass uns erstmal unsere... Irgendwo hier hinten, wo muss ich... Nee, nee, nee. Äh... Wir sind weiter unten gewesen. Ja, ja, aber ich hab keines Termina mehr. Hinter dir. Ah! Ich war ja eben hier oben schon. Ach so. Ich war ja schon... Dann lass mal suchen. Und ich meine, das waren zwei von den drei Hyänen. Aber so weit bist du schon gekommen, kurz vor dem Haus? Ja, ja. Da hinten. Siehst du die Hyänen? Diese drei da? Ah, da liegst du. Ja, alles klar. Die waren das. Hattest du mein Eisen auch? Ja, ich hatte alles mit. So, warte, ganz ruhig jetzt. Ich hab's Termina voll. Alter. Wie? Gurbt sie. Ich hab's Via지. Ja. Ja. Ich hab's tied da triste sind, für deine Lieder. Ja, danke. Also, ich hab's after.